Ja, Martin Reif, einen schönen guten Tag, ja es kommt natürlich jetzt immer wieder die Frage auf, warum funktioniert denn jetzt dieses Spezial-CBD-Produkt so viel besser, wie das CBD-Produkt, das ich so kenne aus dem Supermarkt oder vom Handel, diese Öl-CBD-Produkte, vielleicht hast du sogar eines zu Hause und ich möchte dir das hier kurz demonstrieren, die Erklärung ist eigentlich total simpel, ich habe jetzt hier ein Glas Wasser, dieses Wasser soll deinen Körper symbolisieren, unser Körper besteht zu 90% aus Wasser und jetzt hast du zum Beispiel dieses CBD-Produkt, dieses ölige Produkt zu Hause und jetzt geben wir einfach mal irgendein Öl, das hier ist jetzt ein Olivenöl, du kannst ein Sonnenblumenöl nehmen, du kannst dein CBD-Produkt nehmen und dieses einfach hier in dieses Wasser geben und was passiert, ist folgendes, natürlich dieses CBD-Öl oder dieses Öl schwimmt oben im Wasser, auf dem Wasser, das heißt, dein Körper kann eben dieses CBD-Öl nicht optimal verwerten. Wenn du ein CBD-Öl zu Hause hast, schau mal, wie viel Konzentration CBD, das dort drin ist, vielleicht 10%, 15%, vielleicht 20%, ich habe letztendlich gesehen, das hat 30% CBD und dieses Produkt, habe ich gesehen im Supermarkt, kostet 159 Franken 90, also es ist zündhaft teuer und jetzt siehst du, dass dieses CBD, auch wenn es noch so teuer ist, einfach vom Körper nicht optimal verwertet werden kann. Also es können Maximum 20%, kannst du nachlesen, verwertet werden, also wenn du jetzt tatsächlich ein 30% CBD-Produkt zu Hause hast und davon 20%, das sind 6% netto. Jetzt, dieses CBD-Produkt, von dem wir hier sprechen, das ist ein wasserlösliches CBD-Produkt. Und zwar das einzige weltweit mit einer speziellen Nanotechnologie, wo hier in diesem Wasser 70% CBD drin sind, also nicht 10, 15, 20, 30%, sondern 70% und von diesen 70% können 99% verwertet werden und warum? Der Grund ist klar, wenn du hier ein Klaas Wasser hast, wiederum, und du schützt es halt Wasser zu Wasser, dann vermengt sich das sofort, das ist der Effekt, der passiert, also 99% von diesem CBD werden sofort von deinem Körper aufgenommen, sofort in die Zellen transportiert und die Wirkung ist dementsprechend gigantisch, die Resultate sind extrem, wirklich extrem positiv. Du kannst ja mal schauen, CBD-Wirkung im Allgemeinen, gibst du mal ein Google, CBD-Wirkung im Allgemeinen, dann siehst du diese ganzen Wirkungs-, also das ganze Wirkungsspektrum von CBD, das ist einfach sensationell. Und dann hier ist natürlich wahrscheinlich die Entscheidung klar, für welches CBD-Produkt man sich entscheidet. Zusätzlich ist das Ganze hier, ich habe gesagt, 159,99, der Preis für ein 30% CBD-Produkt im Supermarkt. Hier hast du einen super günstigen Preis, sagen wir mal 50% günstiger, weil dieses Produkt eben direkt von der Firma zu dir nach Hause geliefert wird. Das war's und ich wünsche dir einen super schönen Tag. Martin Rief Das war's und ich wünsche dir einen super schönen Tag.